Willkommen zurück zum nächsten Part mit The Witcher. Dann wollen wir mal weitermachen. Und zwar hier hoch. Da gibt es irgendetwas. Ein Licht und ein Mord, der Macht. Sofortiger Tod. Trifft immer Critical. Nice. Und Ort, der Macht. Entleert. Dann geht es auf zu diesem Punkt. Ein kleines Hundepunkt, ich habe das Gefühl. Tagebuch eines Wandergildenmitglieds. Diese Hans ist verdammt seltsam. All diese harten Haudegen, jeder mit hunderten von Morden auf dem Kerbholz. Und mindestens die Hälfte von ihnen sitzt abends da und kritzt in den Tagebücher oder schreibt Briefe. Wo kommen diese ganzen verdammten Gelehrten her? Mein Herr hat es damals geschafft, mir Buchstaben einzubrügen, bevor ich seine Tochter verführte und er mich davon jagte. Aber jemand wie Sylvain Schwarzzahn, wie hat der Lesen und Schreiben gelernt, wenn er doch mit einem Zirkus gereist ist und die Käfige ausgemistet hat? Erst neulich habe ich mit drei anderen Männern Wache geschoben und statt sich normal aufzuführen, weinzudringen und ins Feuer zu furzen, schrieben sie schweigend in ihre Notizbücher. Ich bin besorgt, dass der Linkstracken sich gerne mit Intellektuellen umgibt und ich selber ein Tagebuch beginnen muss. Tja, wir sind ziemlich am Arsch. Ich habe gerade erfahren, dass irgendein weißhaariger Kerl halb Mensch, halb Monster Sterling ausgeschaltet hat. Einfach großartig. Jetzt müssen wir irgendwie unsere Ärsche aus diesem Sumpf kriegen, bevor dieser Irre uns ebenfalls kalt macht. Aber vielleicht nimmt ihm ja auch eines der wilden Viecher hier die Arbeit ab. Ohne die Hanse stehen uns schwere Zeiten vor. Aha. Sogar alles so weit Früchte-tragend gewesen, dass ich, äh, dass es tatsächlich sogar Auswirkungen auf die Umgebenden hat, die man noch nicht freigeräumt hat. Das finde ich geil. War wieder richtig, richtig geil. Und jetzt hat es einen Wetterumschwung gegeben. Dann gehen wir doch mal kurz noch in den Sumpf hinein. Ach ja, stimmt. Das Monsterlager hatten wir ja auch noch nicht. Hm. Ja gut. Den Sumpf. Dann das dortige. Und dann gehen wir so runter. Und dann links. Und dann links. Na, warum müssen es Arschensporen sein? Ich hasse dieses Viecher. Verdammt. Wir haben Dauerfeuer. Ach ja. Wie schön dieser sofortige Todskill ist. Das ist der Wahnsinn. Kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Brief einer Mutter. Liebste Mutter, vergib mir, dass ich ohne ein Wort geflogen bin. Aber wenn Vater Wind von meinen Absichten bekäme, würde er mir lieber die Knie brechen, als mich gehen zu lassen. Ich bitte verstehe, dass das Dorfschreiberleben nichts für mich ist. Ich will nicht wie Vater mein Leben für Folianten gebeugt verbringen. Und im Laufe der zahllosen Tage und Nächte im dunklen Büro allmählich das Augenlicht einbüsen. Ich möchte ein Leben voller Abenteuer. Vielleicht besuche ich dich eines Tages, liebste Mutter. Bis dahin wünsche ich dir Gesundheit und Glück. Dein dich liebender Sohn Fabrice. So, und was hat es mit diesem Anwesen auf sich? Los, lauf! Das muss Delaunay's anwesend sein. Delaunay's. Ich muss einen Weg hineinfinden. Personen in Not vor allen Dingen werden mir da angezeigt. Dann klettern wir wohl über die Mauer. Schlechte Idee. Oh. Tschüss! Der größte Monster! Das ist ein guter Freund, Ratte! Keine Gesundheit! Ja, ja, ja! Jetzt! Macht ihn alle! Na gut! Tanzen wir! Damit werde ich nicht fertig. Ich packe es einfach nicht bei Majorans Wunden. Beruhige dich. Es ist vorbei. Ich danke dir, Herr. Vergib, dass ich aus Erfassung bin. Brauchst du vielleicht etwas Ausstattung, Monsieur? Das Anwesen sieht verlassen aus. Gehört es dir? Ich bin eher der Verwalter. Auf Weisung des Schatzministers soll ich als Hausmeister für die Liegenschaften des Grafen Delaunay sorgen. Er wird vermisst. Aber mich hat niemand gewarnt, dass die Villa Vedette eine Räuberhülle ist. Oder jedenfalls war. Dank deines Heldentums, Meister Hexer. Ja. Ich suche Schriftrollen und Manuskripte mit Schemata für Hexerausrüstung. Hast du sowas zufällig? Ich habe die Waren noch nicht inventarisiert. Ich bin gerade erst eingetroffen. Und dann kamen die Banditen mit ihrem Terror. Aber du kannst dich gerne umsehen. Na dann, vielen Dank. Ich suche Schriftrollen. Ja, sicher. Danke, bis dann. So, dann gucken wir mal. Den Typen werde ich wahrscheinlich eher nix finden. Obwohl. Dann wohl Befehle und Schlüsse zur Villa. Ruben. Irgend so ein Büromensch vom Hofe der all der dämlichsten Herren hat bei der Villa Vedette herumgeschniffelt. Ich muss wohl nicht erklären, was mir daran missfällt. Wie oder wie sehr. Geh, finde ihn und töte ihn. Verbrenne das Gebäude. Wenn jemand bei ihm ist, aufhängen. Keine Vergewaltigung. Keine Empfehlung. Reiß dich zusammen. Komm danach direkt zu den Atachruinen zurück. Denn ich habe noch einen Auftrag für dich. Astragen. Irgendwas stimmt wohl da nicht mit diesem Haus. Ich vermute mal, ich muss auch dort drinnen nachschauen. Hallo Blötze, du darfst hier rein. Das hier ist eine weiße Tür. Ist aber schon alles offen. Guck mal. Brief an Bartholomé de Launay. Lieber Bartholomé, ich habe deinen Brief verhalten. Freue mich da überaus, dass du eine Lösung deiner Probleme gefunden hast. Der Hexe, den du beschreibst, kommt mir in der Tat gefällig vor. Und du hast ja immer gesagt, dass die alle Mutanten kaltbrülle Gemörder sind. Dennoch meine ich, dass du sein Angebot annehmen solltest. Wenn diese Schematas tatsächlich eine Revolution der Rüstungsschmiederei bedeuten, kannst du nicht nur den Auftrag der Herzogin erfüllen, sondern auch recht viel Ruhm einheimsen. Und das ist dir das Wertvollste, wie ich weiß. Es ist ein kluger Zug, die Banditen in den Ruinen des Aertag-Palastes, um Schutz zu ersuchen. Wenn die Ritter sie nicht kleingekriegt haben, wird es wohl auch einem Hexer nicht gegen. Bösewichte und Halung respektieren einander schließlich. Sei dennoch äußerst vorsichtig bei diesem Treffen. Banditen und Hexern kann man nicht trauen. Es begrüßt dich deine Belinda de Launay. Noch ein Leben, das durch Gier und Ehrgeiz kompromittiert und schließlich zerstört wurde. Kann man so sagen, ja. Erkunde die Ruinen vom Aertag. Halt! Also wieder zurück. Beziehungsweise dort unten hätten wir noch das Monsterlager. Dann machen wir mal das Lager schnell und dann vom Handelsbosten aus nach oben. Halt! Halt! Okay. Das war's für heute. 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 So. Damit hätten wir das. Und dann wollen wir mal hoch zu den Ruinen. So, fast bei den Ruinen. Wo könnte ich denn da jetzt vergessen haben, nachzuschauen? Oder beziehungsweise... Das muss das Banditenlager sein, von dem Delonais geschoben hat. Ganz ruhig! Keine Schlägerei! Ganz ruhig! Keine Schlägerei! Hm. Organisationsplan von Antoine Sterling's Dragons. Hansa. Okay. Ich sag's dir mit den Fäusten! Deine Eier werden's verstehen! Mir läuft der Schweiß zwischen den Arschbacken runter. Hm. Ah! Pet희 ... Es bleibt echt hier die Frage, wo das Zeug ist. Ha. Ha! Ah! Notizen eines Hansen-Anführers. Es lief alles wie geschmiert. Bartholomé Delaunay erwies sich wie erwartet als aufgeblasener Trottel. Auch der Hexer ist uns schnurstracks in die Falle gegangen. Hat sich überschätzt und geglaubt, er käme mit allem zurecht. Sehr spielten wir die gelangweilten Halunken, die in der Nase bohren und auf ihren Lohn warten. Als Delaunay und der Hexer endlich zur Sache kamen, rutschte dem Hexer heraus, dass die übrigen Schimmer, das in den Nebelkoben versteckt ging. Ein gefährlicher Ort, aber vielleicht finden wir ja einen sicheren Weg zum Hexer-Schatz. Bei Delaunay hat ein Bolzen von hinten gereicht. Beim Hexer haben wir mehr erwartet, deswegen stürzen wir uns zu mehreren auf ihn. Und das war auch gut so, weil er noch recht stark war, auch wenn er gar nicht mehr hochkam. Ich habe die Jungs prüfen lassen, wie viel Schmerzen ein Hexer erträgt. Nach dieser harten Arbeit haben sie sich etwas Entspannung verdient. Dann schnappten wir uns das Geld von Delaunay und bald brechen wir zum Nebelkoben auf, um die Kosten des Schimmers aufzutreiben und so teuer wie möglich zu verkaufen. Der Hexer und der Schmied hatten beide fürchterliches Pech. Definitiv. Mir läuft der Schweiß zwischen den Arschbacken runter. So, und nun... Nun würde es hier unten links bei uns weitergehen. Oh mein Gott, schaut euch an, was wir alle schon fertig haben. Ei, 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 wir können ja bald die Hauptquests angehen. Nur noch dieser Part fehlt. Muhahaha. Das könnte sich innerhalb einer Stunde erledigen lassen. Das heißt, zwei Parts. Und ich reite schon mal jetzt zum nächsten Fragezeichen. So, hier unten sollte das, glaube ich, sein. Beim Wasser. Eingang zu einer... Zu einem unterirdischen Schatz. Oder, naja, was heißt unterirdisch? Beim Schatz im Wasser eben. So, und nochmal nach oben. Hier ist man Sauerstoff, dann holen wir so ein Dränkchen. Hier das Schwertding da. Und dann schauen wir mal. Da gibt es erstmal noch einen Schatz. Mit Logbuch des Kapitänos. Lesen wir es mal eben. Das Tagebuch ist völlig durchweicht. Nur noch wenige Einträge sind leserlich. Nichts geht mir Ärger auf dem Geist als Landratten, die sich für die Größten halten. Doch Graf Jean-Joël Balergue, so lässt der dreistete Drecksack sich von mir anreden, konnte mich ein wenig besänftigen, indem er einen ordentlichen Beute voller Nilfgaardischer Kronen auf den Tisch warf. Sein Gefolge blut das Schiff mit Paketen und hiefte dann diesen riesigen Käfig an Bord, der mit Sägetuch bedeckt ist. Graf Billard sagte, darin sei eines dieser berühmten gestreiften Pferde aus Sang-Gebar. Ein Geschenk für Herzogin Henrietta. Wir hatten mit diesem Sang-Gebarischen Gau nichts als Ärger. Er knabbert am Deck, als wäre er nicht bei Drost. Außerdem müssen wir aufpassen, dass die Plane fest auf dem Käfig liegt, da die Kreatur so empfindlich gegen Sonnenlicht ist wie ein Vampir. Was soll die Herzogin mit einem gestreiften Pferd, das sie nur nächtens reiten kann? Diese Aristokraten soll einer verstehen. Potz, tausend donnernde Seeteufel. In dem Käfig war kein Pferd, sondern ein verfluchter Glumar. Diese zu groß geradene Ratte hat sich durch das Deck gefressen, das Schiff zum Kentern gebracht und sich ins Flussbett eingegraben. Dieser Idiot Bulgare fiel auf die Knie und flähte mich an, zu helfen, das Monster zu fangen. Er gab mir den Schlüssel zu der Truhe mit Juven, die er die ganze Fahrt über bewacht hatte und schwor, der Schatz soll mir gehören, wenn ich die beste Ding festmache. Am liebsten würde ich mir einen dicken Prügel schnappen, ihm das Ding über die Birne ziehen und mir die Truhe gleich jetzt greifen. Aber ich bin ja kein verschissener Pirat. Ich sammle die Männer, die in den Untergang überlebt haben und dann versuchen wir gemeinsam das Monster in unserem Netz zu fangen. Der Graf behauptet, irgendeinen Trick zu kennen, wie man sich an das Vieh ranpirschen kann. Worum ging es noch gleich? Schatz. Balladen und Hymnen, ich glaube, das kennen wir. Hoch mit dir, Hexer. Und dann die Mutter. Woa, okay. Woa, okay. Woa. Alter, das war weiter. Irgendwie tat mir das Vieh jetzt gerade extremst leid. Aber offensichtlich hat es die Männer genutzt. Hm. Beschädigtes Tag. Was zum Teufel ist in mich gefahren? Wie komme ich bloß dazu, in Gegenwart der Allgegen allergnädigsten Herren eine Ballade von Rittersporn anzustimmen? Ach, auf so dämliche Art und Ungnade zu feiern. Ich, ein junger, ambitionierter Politiker mit brillanten Aussichten am Herzogshof. Jetzt wegen meiner Dummheit verbann. Ich muss eine Möglichkeit finden, die Gnade der Herzogin zu erflehen. Angeblich hat der Kaiser ihr ein sehr merkwürdiges Geschenk gemacht. Einen Klummer. Ich habe ihn geschafft. Mit einem Geschenk, das eines Kaisers würdig ist, kann ich endlich ins Herzogturm zurückkehren und auf Vergebung hoffen. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich den Klummer sicher nach Böckler transportieren kann. Ich habe mein Gefolge versammelt und das gute Schiff zu Sande bestiegen. Bei günstigen Strömungen werden wir in nur drei Tagen der Hauptstadt sein. Ich fühle mich wie der Held in einer Elfentragödie. Es schien doch alles so wunderbar zu verlaufen. Da schlägt die Katastrophe zu und steckt mich nieder. Der Klummer hat sich durch das Deck gefressen, das Schiff versenkt und sich ins Flussbett gegraben. Ich flehte den Kapitän an, mir gegen mein übriges Vermögen dabei zu helfen, das Monster wieder einzufangen. Ich werde mich an den Rad des Hexers halten und die Bestie mit Rautenrauch besenktigen. Dann können die Matrosen das mit ihren Netzen fangen. Ich bin erledigt. Die Sache mit dem Rautenrauch hat nicht geklappt. Der Klummer wurde wild und hat fast alle getötet. Ja, der Kapitän konnte entkommen, aber so schwer, wie er verwundet war, dürfte er es nicht weit geschafft haben, aus der Höhle zu schwimmen. Nun sitzt ich hier verlassen und höre, wie der Klummer die Überrasse der Matrosen frisst. Du, du, der du mein Tagebuch gefunden hast, wer du auch sein magst, nimm den Rest meines Vermögens. Was sollte ein Häuflein moträger Knochen noch damit anfangen? Doch zum Ausgleich bitte ich dich, auf meine Gesundheit, mein trauriges Schicksal, auf den Helden einer wahren Elfentragödie zu drängen. Armer Mann. Und hier hinten gab es irgendwie eine Treppe. Oder? Ne, ach, das waren... Stalaktit, Stalakmit. Eins von beiden. Äh, und darüber möchte ich. Und, äh... Zum Mutagen oder sowas von Klumark liege ich jetzt gar nicht. Geil. Weil er mir im Wasser verreckt ist. Oder liegt es da unten? Das könnte auch noch sein. Dreh dich! Du Wicht! Gibt es vielleicht auf dem Meeresgrund. Ne, da gibt es einfach nichts zu holen. Fertig. Sehr schade. Schwimme zum Licht. Gehe nicht in das Licht. Ziehe keine 200 Kronen ein. Ähm, ja. Falsches Spiel. So, und warum ist dort noch ein gekentertes Schiff? Oder ein angelegtes Schiff? Ich glaube eher, das ist von den Leuten, die da die Majoran-Statue basteln. Wobei, da vorne ist doch irgendwas. Ah, das ist das Fragezeichen. Okay, wir werden es rausfinden. Verdammt. Sind das viele. Die Lenkser! Auf ihn, Männer! Erteilt ihm eine Lektion! Der bluster Kurs! Bei Majoran-Statue sind die Seele die Wunder! Hup! Ich nehme sie die Eier ab! was soll denn das was wollten sie klauen einen hammer einen felsbrocken ich verstehe na schön wird zeit dass ich aufbreche wenn man nix habt nee fehlt noch eins ein stück und irgendwo hier oben hin hat mich gerade gebracht wo ist mein pferd plötze dann bring mich mal zur statu selbst wir dürfen dürfen das ja schnell angucken vorfeld habe ich geholfen ein denkmal zu bauen los lauf nur irgendwie glaube ich dass es noch was zu holen gibt immerhin ist da hinten eine riesen höhle und das ist ja wieder so eine elfenstätte das muss ja auch noch irgendwo ein weg kreuz geben denkt man auch ja gerade gefunden perfekt davon ist es dann würde ich behaupten gehen wir mal da rein das ist wohl der tempel den märten erwähnt hat ich sollte mich mal umsehen vielleicht finde ich was interessantes ja ich sehe auch schon direkt einen riss ein geist hier unter einer fang wohl irgendeinen armer tropf den man eingemauert hat der geist findet keinen füßen tagbuch des großen bettlers die angriffe sind stärker geworden die anwohner des nahen dorfes die mich hier nicht haben wollen werden mit jeden tag angriffslustiger sie mögen es nicht dass ich die wahrheit über ihre frühen gottheiden verkündet sie verstehen nicht dass sie nur in majoran erlösung finden werden sie bedrohen mich mit dem tode doch wenn ich für majoran sterben soll wenn der prophet diese schicksal für mich außersehen hatte werde ich es lächelnd erdulden ich hatte gerade einen vorzüglichen gast einen echten konvertierten konvertierten wahrscheinlich eher mit außergewöhnlichen sehnen nach wahrheit und glauben er heißt märten und war einst ein hexer doch dieses ehrlose handwerk hat er nun aufgegeben befinden sich auf dem fahr der wahrheit wir sprachen lange und verbrachten stunden meditation und gebet zu majorans ehren hat er viele güter zurückgelassen die seine verbindung mit seinem fuhren leben stärkten er hat große fortschritte gemacht wenn nur alle jünger majorans erfolgt in ihrem glauben wären die welt wäre ein besserer ort märten hat mir die bittere wahrheit über die untaten seines fuhren lebens gestanden ich sagte ihm wenn er sich schleutern wolle müsse er zur verborgenen kapelle gehen wenn er diesen trostlosen ort erreicht der aus dem felsen gehauen mit gefährlichen kreaturen besiedelt ist die an sich schon eine herausforderung sind und majoran ihm den zutritt in die kapelle gewährt so hat er ihm seine sünden und verbrechen vergeben und so ging märten möge majoran ihn führen mein schicksal ist besiegelt ich werde für meinen glauben sterben für die wahrheit für majoran diese finsteren leute aus dem dorf eine bande bedrohender banditen hat den tempel angegriffen in ihrem hass und ihrer bosheit schrien sie dass ich als großer bettler am besten bei majoran um gnade betteln soll sie blünderten den tempel majoran sei dank haben sie die büscher zurückgelassen weil sie ihnen wertlos erschienen und mauerten mich ein auf das ich in diesem versiegelten graben verwelke wenn majoran mir keine hilfe schickt werde ich hier sterben mögen meine knochen von seinem ruhm künden ich dachte in der höhle war ich schon mal knochen eines großen bettlers der geist wird erst dann frieden finden wenn ich die überreste begrabe da stehen doch ein paar sarkophage einer von denen müsste es tun dann bette ich den geist doch mal zur ruhe und dann würde ich behaupten sehen wir uns wieder im nächsten fall danke fürs zuschauen bis dahin seien auf